Ich glaube, das ist ein Tag, den vergisst man nicht. Vier oder fünf Minuten Spielzeit, das ist für mich als gefühlte Ewigkeit. Ich glaube, 85. oder 86. Minute. Ich gönne Maxi diesen Rekord von Herzen. Ich finde, er ist genau der Richtige. Ein guter Freund von mir. So ein bisschen ähnlich wie ich, also man kann ihn schon so ein bisschen als Arschloch auf dem Platz bezeichnen. Er war ein Typ, wie man sich den Fußball eigentlich vorstellen kann, wenn er mal was Größeres werden will. Jetzt knallt's. Boah, dieser Ton, ne? Ich glaube, die lieben sich ihren Strähler. Du bist jetzt, ja, der Rekordspieler vom VfL Osburg und das mit 27 Jahren. Und beispielsweise über Rodriguez und Arnold. Oh, der Youngster bringt Wolfsburg in Führung. Ich könnte niemals nie sein, aber ich glaube, ich würde den Verein jetzt nicht mehr für irgendjemanden verlassen. Das muss ich auch sagen. Ich werde noch nicht mehr Lonniegl pid. Ich werde mich anhören und sie auch reden. Ich werde mich nicht mehr soràcken. Ich werde mich nicht aufdenken.